Ach, ich hab gedacht, ich hab schon lange gesucht, Alter. Komm, wir zocken jetzt mal wieder eine Runde mit Musik, Alter. Mit Musik ist auch sehr entspannt. Kriterfeuer! Nee, nee, ich mach nicht bis 0 Uhr, Bro. Meine Freundin kommt gleich. Ich mach jetzt noch maximal eine halbe Stunde. Ja, Nina wollte sich melden, sobald die da ist. Weil ich will auf jeden Fall den Stream vorher ausmachen und die dann auch vernünftig begrüßen mit Kylie und so. Digga, was hab ich denn da gemacht? So dumm. Oh mein Gott, Alter. Boah, war das knapp. Er zeigt einen Easter Egg von The Walking Dead Canyon Clam in The Last of Us 2. Was ist das denn für ein Rennen bis zum Ziel? Das hab ich ja noch nie gespielt. Ey, das ist das erste Mal, dass ich das hier spiele. Was ist das? Er ist das erste Mal, dass ich dieses Level hier zocke, ne? Nein. Nein. Boah, Bruder. Beste Taktik. Habt ihr das gesehen? Ich war am Fliegen. Oh mein Gott. Boah, was ist das für ein langes Level, Alter? Das ist aber geil. Ich hab das noch nie gespielt. Unnormal, nice. Boah. Was? Oh mein Gott, man darf nicht runterfallen. Ey, was soll ich das denn wissen, dass man nicht runterfallen darf, Alter? Ey, ist doch voll die Verarschung, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab so gut gespielt. Ey, Alter. Hä? Lol, die Wip ist einfach ganz... Was ist das denn? Hä? Was ist das hier mit der verdammten Scheiß-Wippe, Alter? Hallo? Ey. Ey. Mein Gott, Alter. Ich verfluch dieses Spiel, ne? Ich verfluch dieses Spiel. Geil. Ja, da wurden wieder Schwänze gelutscht. Da wurden wieder wortwörtlich Schwänze gelutscht. Ey, ich hatte noch nie Probleme mit diesem Level. So, so viele Probleme mit diesem Level, ne? Das ist ja unglaublich, Alter. Unge. Unglaublich. Unge. Ach, komm, Alter. Wirklich. Also, diese Wippen können sich gleich in den Arsch wippen. Ja, komm, wer fällt dir da runter? Aua. Ich hab mit meinem Kopf gegen Mikro geschlagen. Aua. Ah, f***, Digga. Safe. Ich blute jetzt auf der Stirn. Ja, guck mal. Die ganzen Schwänze sind schon da vorne am Lutschen, ja. Das war's, Leute. Das war's. Umsonst jetzt wieder meine Zeit geopfert, Digga. In der Zeit hättest du auch was weiß ich was machen können. Dieses verdammte Scheiß-Drecks-Spiel, Alter. Ja, komm, Alter. Wirklich. Also, dieses Level. Ich hau gleich meinen Gips auf den Tisch. Ja, komm, hier. Hier, hier, Alter. Dieses Scheiß-Spiel, Alter. Verdammtes Drecks-Spiel, Alter. Dass man nicht jetzt hier Pause drücken kann und raus kann. Nein, ich muss warten bis... Mein Gott, Alter. Beende die Scheiße, Alter. So eine Scheiße, Alter. Wirklich. Unglaublich. Diese Wippen sind einfach Müll. Den kriegst du heute ganz tief rein. Die Scheiße, Alter. Was ist das denn jetzt für eine... Ach, Gott. Ah, f***. Dieses Scheiß-Tor, Alter. An diesem Kebab-Spieß, Alter. Ey, ich schwör's dir, ne? Let's go. Aber das mit den Eiern, finde ich, ist einfach Müll. Dieses Spiel ist einfach scheiße. Aber das sollten die rausnehmen. Wer das erfunden hat bei den Machern von Fall Guys, ist einfach komplett lost. Wieso haben die schon zwölf Eier, Alter? Wollt ihr mich verarschen? 14 Eier? Jetzt machen wir wieder einen auf Türsteher hier. Hey. Was? Wir haben... Unser Team hat fünf Eier. Ey, hier. F*** dich, wirklich. Hier. 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 Also, wenn Eier kommt, ich werde Dreck beenden. Auch wenn finale Eier kommen, die können gleich meine Eier in den Mund nehmen. Den wollen die verarschen, Alter. Dieses scheiß Eier-Spiel, Alter. So eine scheiße, Alter. Also, wer das da reingepackt hat in diesem Spiel. Geh doch auf! Alter. Zehn Jahre später, wirklich. Boah, jetzt kommen noch scheiß Döner-Spieß dazu. Boah, ich glaube, ich gehe mit Janina Döner essen. Gute Idee. Boah, bin ich ins Ziel fast reingeflogen, ey. Komm, Leute, haut mal die blauen Herzen rein. Aber jetzt kommen wieder die Wippen. Und einer ist ja Spongebob, sondern der andere nass. Warum fallen manche hin, manche nicht? Kann mir das jemand erklären? Man muss am Anfang nur Glück haben bei diesen Wippen. Ohne Scheiß. Ja, jetzt bin ich easy durch. Jetzt bin ich richtig easy durch. Mit Wettkampf gegen diesen einen hier. Guck mal, ich überhole den jetzt noch. Richtiges Kopf-an-Kopf-Duell mit dem. Nein, der hat mich gehopst genommen. Egal, Zweiter. Guck mal, mit was für einem Abstand, Alter. Ich sag euch eins, wenn Eier kommt, bin ich sofort raus. Boah, dieses Level ist krass. Wenn man rausfliegt, Katastrophe. Hallo, ey. Ey, meine Fresse, ey. Also, das Spiel darf man nicht spielen, wenn man aggressiv ist. Wirklich nicht. Ey, bei Gott, Alter. Bei Gott. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ist das eine Scheiße, ey. Boah, wie gut ich hier durchgerannt bin. Wie ein Profi. Hier bin ich, glaube ich, vorhin gestorben, ne? Ja, Mann. Genau hier war das. Nein. Oh mein Gott. Boah, das Level ist aber krass, Digga. Unnormal. Das macht unnormal Bock. Jawohl, Uwe. Let's go. Wir sind da. Jetzt müsste Finale kommen, ne? Das ist kein... Was? Chat, warum ist das immer noch kein Finale? Kann mir das jemandem mal sagen? Viele drin. Da sind nur noch zehn Leute drin, Alter. Ey. Ja, ich gehe nicht weiter. Da kannst du den Schwanz lecken. Ja, super. Und jetzt? Ich weiß nicht, riskieren wir oder nicht? Scheiße. Ja. Ey, du Hund, lass mich mal los. Du kleiner Schwanz, Alter. Nein, ey, du Hund, ey. Was für... Ey, es tut mir leid, aber das war ein H*** hinter mir. Ein H***. Er hat mich einfach festgehalten, wo ich gesprungen bin. Ey. Dieses... Gleich ist die andere Hand auch noch kaputt, Alter. Wirklich. Ey, ich habe das Spiel auch beendet. Dann schick mich zurück ins Menü, Alter. Ich weiß gar nicht, wie kaputt dieser scheiß Ikea-Tisch ist hier. Oh nein, was? Ey, warum gibt es manchmal... Kann mir das jemand erklären? Warum gibt es manchmal drei, vier, fünf, sechs Runden? Warum manchmal nur drei? Ich verstehe es nicht. Kann mir das jemand erklären? Was sind die alle lost, Alter? Die hauen sich gegenseitig um, meine Leute. Gegenseitig. Was macht der andere Idiot? Der rennt einfach nach vorne, du Vollidiot, Alter. Ey, so eine M***, Alter. Wirklich, warum rennt der einfach nach vorne? Wenn der wenigstens gleich versucht, die Gegner aufzuhalten, okay. Ja, klar, Digga. Immer diese scheiß Teamspiele, wo man nichts für kann. Da kommen immer die größten Noobs, Alter. Sollen diese Teamscheiße rausmachen, wirklich. Jeder soll bei jeder Runde auf sich selbst gestellt sein. Was will er alleine schaffen, Alter? Schieben! Schieben! Bitte, bitte schieben! Verpiss dich, du gelber Hund! Du Schwanzlutscher! Ey, du dieser Schwanzlutscher-Hu... Sorry, aber hier. Mir ist scheißegal, Alter. Die Kugel bleibt hier. Wo ist unsere? Jawohl, die ist auch drin. Let's go, Alter. Sorry, Alter, aber ey. Ich schlau die anderen Blocken, ja. Und jetzt hole ich mir das Finale, Alter. Nein, nicht wieder diese Krone-Scheiße, Alter. Nicht wieder diese Krone-Scheiße, Alter. Das ist doch Müll. Guck mal, der fällt hin, der Hund. Ey. Alter, du bist so ein Hunde. Die gehört mir! Wie kann man so ein Scheißspiel als Finale machen? Wie kann man das machen? Kann man das jemandem sagen? So ein Scheißspiel als Finale, Alter. Müll. Ehrlich, Müll.